Hi Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hab den Song von Candy Netherite Guts gefunden. Jeder hat vor ihnen Angst, sie sind die Besten im ganzen Land. Und tragen Netherite mit Enchant und stecken die Insel in Brand. Und sie kamen auch zu mir, ich war allein zu Hause und da ist es schon passiert. Ich greif euch niemals an, Mann, ich hab es kapiert, denn von jedem der sie angreift, wird die Seele kassiert. Cry Max, Stani, verbreitet Angst und Schrecken. Cry Max, Stani, wenn ihr sie seht, müsst ihr rennen. Netherite Guards, Netherite Guards, sie kommen, um zu siegen. Netherite Guards, Netherite Guards, wenn sie kommen, müsst ihr fliehen. Jeder auf der Insel legt sich nicht mit ihnen an. Sogar der Alpha-Clan, wurde von ihnen überrannt und von der Insel verbannt. Jeder auf der Insel hat vor den Netherite Guards Angst. Selbst wer es doch nicht hat, wird von Göttern bestraft und kriegt es bald beigebracht. Und sie kamen auch zu mir, ich war allein zu Hause und da ist es schon passiert. Ich greif euch niemals an, Mann, ich hab es kapiert, denn von jedem der sie angreift, wird die Seele kassiert. Cry Max, Stani, verbreitet Angst und Schrecken. Cry Max, Stani, wenn ihr sie seht, müsst ihr rennen. Netherite Guards, Netherite Guards, sie kommen, um zu siegen. Netherite Guards, Netherite Guards, wenn sie kommen, müsst ihr fliehen. Schrauben, den Kanal nicht vergessen und like die Glocke, wenn es euch gefallen hat. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020